Moin ihr Kampfkumpels und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Generation Zero ihr lieben wir haben ein bisschen hier gewütet, wir mussten wieder hier hinfahren und haben sehr viel Spaß, die Kali wird uns jetzt vorzeigen wie man das männlich macht und raus geht. Hier ist noch die Brust. Wer braucht denn das? Geh einfach raus und zieh dein Ding durch. Oh, hübsche Jacke. Die beiden haben wir hier schon ein bisschen eliminiert, wir müssten mal schauen, wir haben ja noch einen Rivalen hier irgendwo in der Gegend. Da hinten. Looten. Ich brauche ganz dringend erste Hilfe. Alter, nee, das will ich nicht. Ganz dringend erste Hilfe. Hier wird so weit sein, vielleicht da hinten. Darin wird da nichts mehr angezeigt. Ja, dann... Was sagt denn Gott, der... Oh! Hinten leuchtet Licht. Ah, dann... Da hinten ist Licht. Da geht's runter. Kann man vielleicht damit fahren? Habe ich mein Fahrrad nicht genommen? Ja, frage ich mich auch gerade. Oh, hier waren wir schon. Alles klar. Alles klar, hier waren wir schon. Wenigstens an den einen LKW waren wir dran. Ich habe auch sehr viel Munition. Ich freue mich... Fertigkeiten! Mal ein bisschen leveln. Da war ja was. Wohin wollten wir eigentlich? Oh Gott, oh Gott. Das ist auch nicht schlecht. Hüftpräzision, ja. Markierung, Kecken, Dings... Bergen vielleicht. Ja, komm, machen wir das. Sichtbarkeit, ja, okay. Oh, ich habe keine Punkte mehr. Ich auch nicht. Es waren nur zwei. Jetzt bin ich ein bisschen schneller. Oh, ich glaube, ich bin schneller. Niemals. Niemals nie. Fahrrad, da ist es ja. So, wollen wir den Rewale machen mit Kaumunition und so? Warte mal, habe ich überhaupt... Da habe ich gar keine... Warte mal, habe ich... Ja, da habe ich... Ja, ich würde bestimmt lustig. Wird bestimmt lustig. Ja. Na dann. Wo ist denn der Gute? Da hinten ist er. Na. Da ist er. Eigentlich müssten wir das ganze Gelände hier ein bisschen... Durchsuchen, aber wir... Ist uns einfach egal. Warte mal. Ah, naja, wenn dickes Weib nicht vorankommt, ne? Alter, hier ist eng geworden. Aber das war doch nicht... Hier ist doch... Hier müssen doch noch... Hier sind doch noch... Da hinten stehen sie doch. Hm. So lang? Eigentlich müssten wir da in die Richtung so, ne? Ja, ich weiß aber nicht, ob da ein Durchgang ist. Dann fahren wir da wieder raus, wo wir reingekommen sind. Okay, an den Massen vorbei, die uns gerade begrüßt haben. Ja. Der begrüßt uns auch erst mal. Hallo. Hi. Wie ist deine Bälle? Nimm Kalli. Die braucht das. Äh, nie. Falsche Person. Den kann man looten. Wo? Lauf, Fahrrad, bring dich in Sicherheit. Oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Mein Fahrrad. Ich loote erst mal. Mach die Tür zu. Na toll. Hab's gemacht. Wir werden hier nie wieder lebend rauskommen. Äh, das glaube ich auch nicht. Ich hätte mein Fahrrad weiter in die Ecke schießen sollen. Wow. Was schießt er hier durch die Tür? Wow, das ist wirklich... Wow. Oh. Oh, hier ist ne... Was denn? Waffenkiste ist hier drin. Und was ist drin? Ich hab ne Waffe. Äh. Und ein Sturmgewehr. Okay, ich hab nur ne Erweiterung. Ich hab zwei Waffen drin. Leider nicht die Waffe, die ich haben wollte. Da waren wir ja schon, Mann. Ich war das nicht. Ah, lalala, er sieht mich nicht. Rauf, ich war rauf. Ich will weg. Bööö. Mööö. Möööö. Okay. Hier kann man so viele Sachen looten. Ich glaube, ich bin falsch abgewogen am Boden. Bist du falsch abgewogen? Nein, ich mach nur nur einen Umweg. Was für ein Weg. Was für ein Weg. Was für ein Weg. Irgendwie klebt gerade mein Mauspad. Was hab ich denn damit gemacht? Klebt? Ja, es klebt. Vielleicht soll ich's mal anlegen. Was meinst du? Boah. Scheiße. Ja, fahr noch rüber, Schädelet. Ah. Wie. Das war das Himmelblaue. Ähm. Guck mal, was da rennt. Wir müssen genau rechts lang. Genau. Hallo. Nicht vor mir. Nicht vor mir. Hihi. 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 Warte, 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 warte. Keine Messer. Keine Messersprung. Keine Messersprung. Warte, warte, warte. Ich hab ein Problem. Ich hab auch Probleme. Ich satte nicht so schnell auf, wie ich eigentlich hab. Wir sehen uns. Tschüssi. Wir haben 5 Wochen und 6. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Die haben halt Geschmack, ne? Boah. 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 Die. Was? Die wollen halt keine. Die wollen halt nicht. Die nicht Fürsten haben. Schneller. 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 Die wollen halt einfach. Ein Kampfzweck haben. Die haben alle Geschmack. Die wissen, was gut ist. Alter. Geschmack. Erlesener Geschmack. Wirklich. Alter, halt doch mal die Backen da vorne. Dann fahr nach oben. Was willst du denn da hinten? Alter, erlesener Geschmack jetzt. Übertreibst du mal. Erlesener Geschmack, sag ich dir. Ja toll, jetzt gehen wir zu Level 2 und der Rest folgt uns. Hihihi. Ja. Das wird gut. Hier gibt's irgendwo ne Antenne. Oh. Wir müssen... Was ist auf die Antenne? Wir müssen definitiv... Äh... Licht anmachen? Oh, direkt vor mir ist die Antenne. Hm. Oh, dahinten. Das ist er. Oh. Direkt da. Links von uns. Und was ist das da? Was das Feld macht? Zufriedlich? Ja. Ich würd hier nicht parken. Ich würd warten, was da hinten so kommt, ne? Ich würd gucken, ob wir... Weil es sind zu viele. Auf jeden Fall, da ist ja geradezu, äh, ist ein Raleigh. Äh, ein Raleigh. Aus dem Kampf geflohen. Ich bin geflohen. Na denn? Oh. Oh. Dann gönnen wir uns den doch. Oh. 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 Oh, vorbeigefahren. Alter. Und wo wollen wir jetzt hin? Erstmal Hütte. Rechts, links geradeaus? Keine Ahnung. Brückennummer, Brückennummer, komm jetzt. Brückennummer führt zurück. Echt jetzt? Ja. Gut, wenn keiner Brückennummer. Wer eine Karte lesen kann? Alter, ich hab nicht auf die Karte geguckt. Warte, lass mal gucken. Nö, hab dich veräppelt. Jetzt. Jetzt nicht zurück. Ui, ich hab wieder ein Strübel. Ich hab schon wieder ein Kaugummi unterm Schuh. Was? Ich hab schon nichts. Äh. Definitiv Brücke. Ich bin für die Brücke. Bleib nie mal stehen. Ich bin für die Brücke. Oh, ist das eine tolle. Da war doch gar nichts. Verdammte Klasse. Ich find die Brücke, wow. Wirklich? Jetzt haben wir doch schon mal. Da bin ich hier mal alleine langgefahren. Ich hab... Ach, die Brücke. Eignen mir mal ein bisschen Ortskenntnisse hier an, ne? Ich fahr einfach mal in die Richtung. Die ist wunderschön. Warte doch mal. Ich fahr einfach mal weiter geradeaus. Geradeaus. Vielleicht find ich hier irgendwo eine wunderschöne Hütte. Ich glaub, da kamen wir nicht rein. Die sind wir schon mal langgefahren, ne, Leute? Da laber mal nicht. Ich rette mich. Ich hab 10 plus. Einfach mal geradeaus. Ich brauch trinken, Kissen. Oh. 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 Oh my god! Oh my god! Er ist mein lila Arsch! Okay, das heißt anders, aber lila! Ich gehe in diesen Scheißschlub! Oh, da ist ein dritter! Da ist ein dritter auf meinem Weg! Ich fang gerade aus! Ich mach die Augen zu! Was ich nicht sehe, sieht mich nicht! die haben sich gegenseitig abgeschossen lächerlich du entfernst dich ja kommt zurück ich expone da wieder hin oh das häuschen ist aber sehr schön ich glaube ich ich habe hier ein häuschen man ich glaube ich werde das dunkle neben ja das dunkel ist sehr sehr hübsch tschüss ich hätte schon mal vor oh mein schädler hat kann treppen laufen und steigen ich glaube ich bin ich war das ja die sind die sind in meinen vorgarten glaube ich auch noch was brennt hier oh gott und wie können wir das spiel da liegt in erste hilfe oben und ich komme nicht ran ich weiß auch nicht was ich weiß auch nicht passiert die schießen auf mich und die sind ganz weit weg ich höre die kugeln rumfliegen ja ja die tun sich doch ich glaube ich gehe ich mich einfach ins bett wenn ich nicht ins bett läge sieht mir oho komplex lo papier was ist das keine ahnung so fliegender arsch und bei dir dahinten so schön euch kannst du hier gleich eine familie gründen so ruhig ist das ich kann ja mal gucken was es ist also der eine ist nicht männlich und der andere ist ach schwer also der hintere ist schwer gut zu wissen danke den hinter den hinteren werde ich also nicht nehmen nein er macht pause aktivität ist ruhig und mir aus kann ein bisschen länger pause machen und der andere ist auch ruhig so sollen die ruhig mittagspause machen ist mir wirklich so egal ich höre um was draußen laufen ich weiß nicht ob ich das so feier gerade ich habe gerade was gehört ich rede dich war mehr du schwer arsch wo ist die tür auf das hier antwort es steht direkt unter mir du ja und das ist jetzt stattstelle irgendwas läuft da gelblich rum ja aber hauptsache keine sechs minus sechs irgendwie kommt es präzise auf mich gerade zu und ich habe niemanden eingeladen das finde ich ein bisschen unhöflich finger weg von meinen vorgarten ich renoviere ja was mimimi guck dir mal meine folge etwas was vor meiner tür steht bitte rette mich und da sind die nicht die nachbarn oh gott kleiner hosen scheißer wir backen auch kuchen ach so ich mein toll die haben hier eine marke gesetzt alter die räuche ich habe mich aus die räuche mich aus oder dich aus mich war es mich auch hallo ich werde mein dunkles haus verteidigen wenn ich auch mal ziehen würde da war es verdammter name stört so ein bisschen da steht ja dein feier ist gerät da wo er einer einer steht und ich sehe es nicht ich habe keine muni mehr trotz mit dieser waffe hatte wir noch eine andere ich habe noch die hier okay frischluft habe ich jetzt auch warte 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 stopp stopp oh mein gott dafür habe ich auch keine muni ich habe für die utz warum bekomme ich für die utz keine munition mehr da richtig ja mit der pistole mehr aus ach du kannst du gerade aus habe ich gerade vertreter er hat laser man wenn die symbole hier glaube ich weiß sind haben wir munition für die der morgen also bringt beides nichts ich glaube die ist aber ein bisschen die ist bisschen besser na hallo würdest du mal den hinteren hier bewegen kann ich nicht ich habe probleme im garten und das sind keine garten zwerge so und das was so groß ist ich nehme da mal eine erste hilfe kumpel wenn ich meine erste hilfe hätte houtenet ist so blond und schießt gegen baum der schießt definitiv in meine richtung ihr leute ich mache leh sonst so kalli wie geht es dir da drüben ich weiß auch nicht hier geht es hier geht es hier geht es hier geht die partie ab ich habe lasst mich doch mal sammeln ich nehme den hinterausgang gut ich komme hier nicht raus ich bin mit gasen umgeben das nächste mal keine bohnen ich habe nur noch zwei ich habe nur noch zwei prozent und kein einziges erste hilfe die du erst mal looten gehen oh guck mal erste hilfe willkommen ich habe keine helfe mehr kalli ja jene kann die tür benutzen der ist jetzt in meinem haus drin der kann aufmachen der ist im haus drin ich bin gerade aus dem haus in die garage und jetzt gucke ich mich zurück jetzt gucke ich zurück er er steht im haus und ich in der garage ich weiß nicht wie ich das finden soll ich bin fertig gemacht jetzt guckt er rein hier ich habe genug munition noch um mich zu verteidigen um mich zu verteidigen ich bin eigentlich Dingsbums habe ich? Ich. Die einzige taugliche Waffe, die ich momentan habe, ist wirklich... Die andere Mariene habe ich? Habe ich... ist... Nein, keine Gasattacken. Ich weiß auch nicht, aber ich glaube, ich mag mich nicht so besonders. Mega. Ja, mega. Ich war tierisch bedrängt. Lalalala. Oh, ich habe ja Platz. Dann nehme ich einfach mal die hierhin. Och, komm schon, du kleiner Scheißer. Oh. Jo. Ja. Immer. Jeder Schuss, ein beschissener Treffer? Ich muss doch lang, warte, du kleiner Scheißer. Warte doch! Gänse. Puh. Wieso? Den wie ich doch nicht. Wer kommt hier ums Eck? Wer guckt um die Ecke? Was? Oh. Ja. Wo hatten wir das? Hast du auch Spaß? Ich entferne gerade das Unkraut aus meinem Garten. Oh ja. Ich hab das Riesenheim, Mann! Uh! Uh! Das gibt's nicht gut in Ordnung. Da! Nee! Ah! 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 Ich seh' nix dran. Ah! Ah! Es tanzt ein Beberputze! Oh! Oh! Uh! Ja! Ah! 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 warte mal das dachte ich mir auch das kann man mal wieder hierhin ok ok ich hoffe ich stehe noch ich glaube ich nehme das andere aus da drüben das ist mir zu sie doch alle wieder bei mir ab warum denn nicht mein haus kann sie ab jetzt ist ja fokus ich habe keine ankommen da kommt glaube ich ein wandervoll wandervoll habe ich gut mitgebracht ja ich war doch unbeteiligt ich sehe das wandervollk hallo ich glaube ich sie aus ich glaube ich kitzel nur ich gehe erstmal looten ja ich glaube ich hatte besuch hatte ja kenne ich sie kommen einfach rein ohne zu fragen ist echt hübsch wirklich so eigentlich ein schöner abend hier ne brüche luft die nachbarn sind nur bisschen laut kräuchern sich gegenseitig aus sieht schon gut aus wie du dich da bewegst wenn ein halbes haus schon schwarz ist alle gleich kommentar bekommen ich habe keine sechs mehr so wie kenne sechs mehr woher treffen die mich ich glaube ich bin mal looten alle auch dreh dich doch nicht keine umstände ich bitte dich fußball ja ich kann spielen kommen ab ins tor mit dir ja du schaffst das reicht's nicht im beinen beschissen im haus ich will aber stinkt er hier rum ja die schießen mit stinker dings ja das stinkt ich muss mich gleich andere na die ich habe noch nicht mehr anderen alien so wurde ich das jetzt ich bin tot ich habe nur anderen alien warum da kommt ein wander volk ich will da rein hat er sich rein lasst mich rein lasst mich rein lasst mich rein lasst mich rein wer hat mich so ein bisschen sound verdammt ilia wie kommst du rüber ich gehe ich hab keller ich gehe jetzt mein keller hier ist nichts wert attacke was schwert attacke doch so kein bodyslam ja sie sind die finiti sie sind definitiv rum ich hab's ich vernehme ich vernehme es ich habe mir eine wohnung gesucht kein haus mehr und sie stehen jetzt auch noch vor meiner haustür ja ich bringe sie grad mit ist das dein was zum hänker passiert hier ja hätte ich das gewusst hätte ich kuchen vorbereitet aufgebacken kommt man hau hast du dir wehgetan ja laufen über brennendes danke schon sagen stolper nicht danke das habe ich nämlich nicht aufbekommen das ist sehr freundlich erst mit fenster aufgemacht frische los genossen auf was schießt du kumpel dieser zweite dieser zweite tnet wird eindeutig wissen die anlage gefällt mir nicht etwas zum looten was haben wir hier im auto auto haben wir nichts doch eine sache wo ich nicht rankomme andrenalinschuss nice alter die so heute diese oh gott was waren das keine ahnung was was hatten da gerappelt ich bin tankstelle verdammt wo kam das denn jetzt her da ist auch noch einer der schlechteste in die an kalli ja ich weiß die schleichen die graus noch mitarbeiter in einer tankstelle was mitarbeiter wieso jetzt wird sich da verkrümeln dort alter aber das hat sich angehört wie ein böller in der mülltonne ne wie schaut's denn aus wieso stehst du hier stehe hier guck mal da vorne genau das das war mein letztes und sonst so naja hast du vielleicht noch erste hilfe oder so ich hab nur noch eins und ich glaube das muss ich das gleichsam mal missbrauchen ja das ist direkt vor uns ja das zieht aber so gut das könnte in handballteam rein oh was sind lupen oh rucksack wow ne voll geile tasche voll geile übergewicht übergewicht ja können wir eigentlich rauspacken ich habe so viel munition ich kann nichts von der munition verwenden leute nichts hoch hinaus hallo geht da nicht die helfe kalli komm hier hoch kalli 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 komm 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 aber sowas von komm hier nach oben ist der ich waffe ich hoffe du hast die hier auch okay ich komme ich kann es ja knackerdings ich glaube ich bin gleich ich brauche ein zoom gerät hier drauf wir wissen du und so wie das hier auf der anderen seite da wo ich ja jetzt gleich aufstehen dann auf der anderen seite geht's dir gut du kriegst nicht danach gerade ne da 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 ahaha panzer knack aber ich freue mich auf der anderen seite gerüst hoch bewegung bewegung hat uns jetzt auch nicht den hinteren werden sie so eng gemacht wo ist denn das ding so viele nerven hier hier nicht hoch zu quetschen hatte halt freizeit mitten am raketen an row 4 warte mal wo hast du das teil was dem war noch würde ich mich hier bücken werde schlau ich glaube das bringt ihr nichts ich treffe das von hier oben das ist ja was hast du denn wo ist es denn da ich würde sagen wir machen hier voll krassen folgen zuerst werde ich mit dem ding ball ich bin eindeutig übergewichtig schon wieder wo ist das ding ok stoppt hier leute wartet doch mal bitte das war direkt neben mir so ein evokaisen schnitt hier kann man folgen das ist krottisch hier ich glaube ich gehe mal hier hin viel besser mein nun ich sehe den das ist eine sehr dämliche position ich muss mich die ich komme mir gerade vor wie beim völkerball gut das habe ich jetzt nicht gesehen das hat er wenigstens nach oben hingeschossen ich bin nachladen großer bei mir für mich Okay, pass mal auf, pass mal auf, pass mal jetzt auf. Wie ist er denn da? Schießt er auf seine Glocken? Seine Glocken? Er schützt sein Hinterteil. Ja, das Hinterteil ist immer... Ich sehe es hier von hier aus gar nicht. Wirklich 5 HP zu haben ist echt nice. Hat was von jetzt bist du gleich tot. Pass auf. Jawoll. Echt wirklich. Wirklich hättest du das nicht eher machen können? Ja, sorry, ich bin gerade runtergekommen. Ich bin wieder übergewichtig, warte mal bitte kurz. Ja, das ist so eine Sache mit dem über ewig. Ja, sollte ich mal abtrainieren. Oh, wir haben immer noch Level 2 vor uns. Ich glaube, das wird auch nicht besser. Ich glaube, wir müssen looten. Ja, wir müssen das mal ein Päuschen machen. Ich habe keine erste Hilfe und so. Nur eins. Tito, Tito. Gute Lieben, dann bedanken wir uns fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ich würde sagen, da kommt was. Be ich, wie ich, wie ich. Wie? Wie nett. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, Ciao. Warte mal. Tschüss, Tschüss.